Guten Abend! Hallo! Es ist so schön, hier zu sein. Vielen Dank für die wunderbare Ansage. Es ist mir eine große, große Ehre, dass wir hier für euch Musik machen dürfen. Und ich komme gleich mit einem Anliegen. Wir brauchen eure Hilfe, und zwar bezüglich eurer Stimme. Auf diesem Song, der jetzt kommt, gibt es im Refrain einen Chor. Und der darf nicht fehlen. Den kann ich alleine nicht singen. Da bräuchte ich euch. Wärt ihr bereit, den Chor für mich zu machen? Ja? Ja? Das ist gut. Zuerst mal bräuchten wir den Groove dafür. Dass wir uns eingerufen, dann singt sie es dann leichter. Das ist schön. Ich singe euch die Stelle vor, die ist ganz leicht zu merken. Und die müsstet ihr dann im Refrain machen. Hallo. Die käme jetzt. Achtung! Die, 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 die. 2 Mal wär das. Achtung, Stopp, noch nicht. Die, 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 die. Und jetzt warten, genauso. Come on, probiert's ohne mich. Sing! 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 Das ist schon sehr gut! Geht's noch ein Stückchen lauter? Sing! Sing! Let's go! Auf einer Insel Unter Palmen sitzen wir Am Strand Come on! Und schauen aus Wasser Durch geschlossene Augen Hand in Hand Immer weitermachen Yeah! Wir atmen selten Und es ruft uns Frisch gegrillte Frisch Die Runde bellen Und Kinder spielen auf Früchte Bunten Tisch Unser Haus hat keinen Zaun Länge Matte Unterm Baum Und der Garten wuchert wild Das ist das vollkommene Bild Heute Heute Ist der perfekte Tag Sing laut! Heute Ist der perfekte Tag Die Füße sind dick Und das Salz Sprickeln auf die Haut See See maior Sonnenschein Dieser Frieden ist uns So vertraut in dich. Wenn man durch die Land, waschein' mehr und blumen durft, wenn wir uns im Sonnenwald genau so haben wir das gewohnt. Heute ist der perfekte Tag. Heute ist der perfekte Tag. Sing it loud! Heute ist der perfekte Tag. Heute ist der perfekte Tag. Alle Sorgen sind enttäuscht, unser Paradies verzeiht. Es ist nach Liebe und Genuss und nach Unwenniger Lust. Heute ist der perfekte Tag. Ihr seid dran! Heute ist der perfekte Tag. 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 Heute bist der perfekte Tag. Heute ist der perfekte Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020